Krieg in der Ukraine. Russisches Verteidigungsministerium verkündet taktische Fortschritte. Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni kandidiert für das Europaparlament. Russland hat die Schwarzmeerstadt Mykolaiv im Süden der Ukraine angegriffen. Die Drohnen haben das Fernwärmenetz der Stadt beschädigt und ein Hotel in Brand gesetzt. Es wurden keine Toten oder Verletzten gemeldet, so Vitali Kim, Gouverneur von Mykolaiv. In dem Hotel waren wohl englischsprachige Söldner untergebracht, die für Kiew gekämpft haben, wie die staatliche russische Agentur RIA berichtete. Nach russischen Angaben zielte der Angriff auf eine Werft, in der Seedrohnen zusammengebaut werden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Unterdessen meldete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Oleksandr Sursky, dass sich die Lage auf dem Schlachtfeld für Kiew verschlechtert habe. Während die Ukraine auf die dringend benötigten Waffen aus den USA wartet, machten russische Truppen taktische Fortschritte. Westlich der Stadt Avdijevka kam es zu heftigen Kämpfen. Russische Truppen sollen ein Dorf etwa 15 Kilometer nördlich von Avdijevka eingenommen haben, wie das russische Verteidigungsministerium meldete. Kiew hat dem Europarat offiziell mitgeteilt, dass die Ukraine ihre Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtscharta teilweise aussetzt. Wie in Artikel 15 erlaubt, sind unter dem Kriegsrecht mehrere Grundrechte teilweise ausgesetzt, unter anderem die Nicht-Einmischung in das Privatleben und die Versammlungsfreiheit. Das Kriegsrecht war in der Ukraine am Tag der russischen Invasion vor mehr als zwei Jahren in Kraft getreten. Viele der neuen Einschränkungen stehen im Zusammenhang mit dem kürzlich verabschiedeten umstrittenen Wehrpflichtgesetz. Unter anderem werden die Rechte der Männer im wehrfähigen Alter eingeschränkt. Das neue Gesetz soll die Manpower des Landes erhöhen, da es immer noch an Soldaten und militärische Ausrüstung mangelt. Deswegen wird in der Stadt Rivne ein sowjetisches Denkmal verschrottet und verkauft, um der ukrainischen Armee Mittel zur Verfügung zu stellen. Italien hat sich auf der internationalen Lüne zurückgemeldet, aber vor allem kann Italien Europa verändern. Mit diesen Worten hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf dem dreitägigen Parteitag in Pescara den offiziellen Startschuss für den Wahlkampf ihrer Partei, Fratelli d'Italia, gegeben. Während des Parteitags gab sie ihre Entscheidung bekannt, für das Europaparlament zu kandidieren. Eine Entscheidung, die der Partei helfen könnte, mehr Unterstützung zu gewinnen. Angesichts der Tatsache, dass Meloni selbst Vorsitzende der IKR-Gruppe ist, ist dieser Schritt außerdem von großer Bedeutung. Als sie über das künftige Europaparlament sprach, versprach sie auch, im Europaparlament einen rechten Block zu schaffen, der die rechte Regierungskoalition in Italien nachbilden könnte. Allerdings wird erst nach den Wahlen mehr Klarheit darüber sein, welche politischen Kräfte Teil dieser Koalition sein könnten. Am Sonntag haben sich schwarz gekleidete Neofaschisten anlässlich des 79. Todestages des italienischen Diktators Benito Mussolini in Dongo am Comasi versammelt. Dort wurde Mussolini festgenommen, bevor er am 28. April 1945 vom italienischen Widerstand in dem Dorf Giulino di Mizzegra hingerichtet wurde. Seine Anhänger hoben ihre Arme zum römischen Gruß und legten 15 Rosen in den See, in Erinnerung an die Minister und Beamten der Mussolini-Regierung, die dort hingerichtet wurden. Am selben Tag kündigte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Miloni auf einer Konferenz ihrer rechten Partei Fratelli d'Italia an, dass sie bei den Europawahlen kandidieren werde. Fratelli d'Italia hat seine Wurzeln in der italienischen Sozialbewegung, die 1946 von einem Stabschef der letzten Mussolini-Regierung gegründet wurde. Rolged 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 Rol